Hallo und ein herzliches Grüß Gott aus Weißenkirchen in der Wachau. Wir Donaunah das leben mit dem Bewusstsein, dass von heute auf morgen ein Donauhochwasser kommen kann. Wir hoffen dann, dass der mobile Hochwasserschutz hält, beziehungsweise die Donau nicht über die maximale Leistungsgrenze dieses Hochwasserschutzes hinaussteigt. Eine Absiedelung wäre für uns nie in Frage gekommen, weil Weißenkirchen in der Wachau unser Heimatort ist. Dankeschön!